Herzlich willkommen in der Zurück zum Ursprung Kochwelt. Ich zeige Ihnen einfache und schnelle Köstlichkeiten aus den biologischen Lebensmitteln der Ursprungsbauern. Wir benötigen Paradeiser, Zwiebeln, Tomatenmark, Knoblauch, Basilikum und Oregano. Endlich sind sie wieder da, die fruchtig-aromatischen Paradeiser aus den Regionen Neusiedlersee und Pannonien. Das schnelle Paradeiser-Sugo ist auch bei Kindern sehr beliebt. In der Zwischenzeit die Paradeiser kleinschneiden. Die Cocktailparadeiser ebenfalls leinschneiden. Fein pürieren Zum Beispiel zu Pasta servieren Das ausführliche Rezept finden Sie in der Zurück zum Ursprung Kochwelt.